Und herzlich willkommen zu Folge 93. Der Countdown geht wieder eine Folge nach unten. Das sind jetzt nur noch sieben Folgen bis zum... kein Finale, aber ich will es eigentlich nur ankündigen, dass wir nur noch sieben Folgen haben bis zu 100. Und wir haben beim letzten Mal diese Werkbank hergestellt und die werde ich jetzt hier ganz gemütlich bei hinstellen. Hier zwei, hier zwei noch, und dann hier zwei, und da zwei, und hier zwei, und da zwei. Sollte eigentlich sowas von gut sein, dass das reicht hier. Oder setzen wir die mal vielleicht um? Ich glaube, mein Pack ist auch hier aufgeladen, genau. Dann werden wir jetzt mal noch hier den Dill aufladen, fix. Wir müssen auch nochmal später schauen, dass wir das ja ein bisschen upgraden. Werkzeugkasten haben wir noch, da können wir unser Werkzeug, glaube ich, reintun. Logischer Bestellwerkbank, okay. Achso, okay, das ist für die Sorting Machine. Alles klaro. Damit arbeiten wir aber nicht, das ist hier von Logistikpipes. Damit wollte ich eigentlich nicht arbeiten, weil das ziemlich laggig ist, wenn die ganzen Items dadurch jagen. Weil, ja, sortiert hier wirklich... Das System ist gut ausgebaut, sagen wir mal so, aber das ist wirklich laggy vom Aufbohr her. Aber, ja, wir machen das jetzt so, wie ihr gehabt habt und machen das jetzt so... Wie viele Bänke habe ich denn noch? Ach, die hat er jetzt abgebaut. Da sind jetzt natürlich Rezepte drauf gespeichert, beziehungsweise da ist nichts drauf gespeichert. Warte, wir machen mal so. Hier habe ich drei genommen, ne? Ich dussel. Hier hätte ich mal zwei nehmen sollen, beziehungsweise können wir es auch so machen. Und dann fangen wir hinten am besten... Ja, warum drehst du dich denn so? Hä? Kannst du nicht da passend drehen? Heißt ja, die anderen sind ganz okay so, dass alles in eine Richtung ist und der eine, der macht wieder hier Mucken. Du machst wieder hier Mucken, dann fangen wir bei dir auch direkt an hier. So, dann müssen wir speichern. Die Platten hier, beziehungsweise fangen wir erstmal mit ganz einfach an hier. Dam, dam, dam. Gespeichert. Dann kommen hier die Dinge aus. Damit werden wir jetzt hier die Teerflaschen herstellen. So. Da machen wir vier Stück davon. Und dann nehmen wir hier diese Holzschwellen. Oh, was kann der denn da raus machen? So, vier Holzflaschen, okay. Dann stellen wir das damit her. Und das können wir jetzt einfach nur noch so herstellen, hier so. Bis wir da alles weg haben. Und dann sagt er auch, oh, das zeigt natürlich nicht an, was fehlt, aber wir wissen, dass irgendwas fehlt. Und dann können wir hier damit weiterführen. Zack, jetzt haben wir die Holzbetten. Holzschienenbetten. Und jetzt können wir nämlich Schienen machen. Dafür brauche ich jetzt die Schienenunterteile. Beziehungsweise, da will ich auch noch Boosterschienen und so weiter herstellen. Ähm, das machen wir sogar als erstes Boosterschienen. Booster. Äh, halts da in der Boosterschiene. Das ist eigentlich völlig egal. Dann nehmen wir hier diese einfachen. Erweiterte Boosterschiene. Da brauchen wir die normalen Dinger. Da brauchen wir hier Redstone und da brauchen wir Goldbarren. Da brauchen wir, ähm, Goldbarren. Da brauchen wir Redstone und da brauchen wir diese... Näh, nicht die hier. Zumindest brauchen wir diese Dinger da, die... Sonst noch irgendwas? Der Herr? Näh. Was brauchen wir denn hier? Hier bräuchte man Gold und... Holzschienen. Näh, da können wir auch... ...die einfachen nehmen hier. Ist ja noch am Pumpen. Ja, wie viel Energie hast du denn noch? Nicht, dass ich hier vielleicht mal... Oh, da können wir nochmal vielleicht zwei, drei nachwerfen. Zack. Wollte selber mal Kohle gerade einpacken. Dann müssen wir noch zum Card-Essampler. Machen wir mal hier drei Stück pro... Durchlauf. Das soll schon okay sein. Was hast du denn? Ja, du hast auch noch hier genug ein bisschen... Weil der produziert einfach nur ein bisschen nebenbei Energie. Das ist ganz okay. Ähm. Wie machen wir denn hier? So. So. Und so. Dann mach mal. Du brauchst nicht deine Vollenergie. Da reicht, wenn du fünf abklaust. Dann kannst du ein bisschen auffüllen hier noch. So. Dann schauen wir mal eben, was hier los ist. Ach, du hast keine Kohle mehr. Ich wundere mich gerade, wo ist mein Mindcard? Elf Minuten noch. Jupp. Wenn das jetzt so bleibt, dann haben wir das in elf Minuten fertig. Ich glaube, das will hoffentlich, dass auch mit der Kohle reicht. So. So. Komm, mach. Mach zu Ende. Das verstehe ich auch nicht. Sehr gut. Klicken zum Rezept herstellen. Dann speichert das Rezept sich natürlich da drin. Aber ich weiß nicht, warum ich das unbedingt da drin brauche. Einmal. Ähm. Jetzt würde ich gerne die nochmal speichern. Und dann nehme ich die mit. Und dann nehme ich das Witz da mit. Dann speichern wir da Boosterschienen und normale Schienen noch hinten drin. Extra. Im späteren Verlauf wären wir noch eine, vielleicht eine Bank noch zu benutzen, damit wir reichen und sowas herstellen. Aber wir waren erstmal die hier. So. Ähm. Das Holzbitte hier in der Mitte. So. Und so sind jetzt normale Schienen. Genau. Zack. Und jetzt werden wir Boosterschienen herstellen. Ich glaube, das war so. Das ist in der Mitte. Und jetzt wird es da, ne? Machen wir mal gleich zwei Stacks hier. So. Dann haben wir normale Schienen. Dann haben wir die Holzbitten. Dann haben wir Whetstone. Dann tun wir mal ein bisschen sortieren. Und Holz. Dann können wir ja mal ein bisschen wieder was herstellen. Zack. Davon habe ich nichts mehr. Aber wir können ja noch ein paar da vorher herstellen. Ist auch zu Ende. Ah ne. Mein Inventar war voll. So. Jetzt ist Ende Gelände. Dann brauchen wir das. Dann haben wir das. Sauber. Läuft doch. Hm. Werde ich jetzt die daneben setzen? Die Fackeln? Oder da? Ja. Ich glaube, ich werde die daneben sitzen. Äh. Sticks. Da brauchen wir noch welche. Hier ist doch Bierkmalz. Kann sich da auch verbrennen lassen. Machen wir gleich mal 32 Fackeln. Brauchen wir später eh die Boosterschienen. Beziehungsweise die Booster. Na. Die wird es dann fackeln. Das brauchen wir nicht. Ich brauche ähm normales Holz. Dann nehme ich mal gleich das Stack hier mit. Äh. Und wir gehen jetzt schnell da hinten hin. Dü-dü-dü-dü-dü-dün. Da kommt ne Boosterschiene hin. Aber ich sollte mal Kies vielleicht noch mitnehmen. Habe ich was um Ecke? Bisher me oke. Bei meist hab ich hier was um Ecke noch irgendwie drinnen. Kein Kies. Vielleicht da drunter noch Kies. Oh, hier ist gar nichts mehr. Dann müssen wir uns was holen. Wie viel haben wir denn hier? 27? Doch, 27 ist okay. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das reicht. Außerdem, ich will ja eigentlich nur darauf aufpassen, dass ich kein Ding hier zerstöre. Kein... Sag mal schnell. Kein Kies rausbekomme. So, jetzt machen wir hier Holz rein. Damit es auf jeden Fall ein bisschen besser aussieht. Dann machen wir hier eine Fackel rein. Jetzt noch das Kies wieder oben drauf. Und die Booster-Schiene. Und das gleiche machen wir jetzt überall hier. So. Das machen wir jetzt hier. Der Grund ist damit, dass ich es ein bisschen auskleide. Und ich finde es halt... Muss halt ein bisschen schöner aussehen. Jetzt natürlich ein bisschen hier nervig gebaut. Ich hätte das dann vorne rein schon machen sollen. Aber, naja. Ist mir auch die Idee, ist ja später drauf gekommen, dass ich das hätte machen können. Aber jetzt haben wir wenig was zu tun hier. So. Zack. Haben wir es gleich geschafft. Da ist nämlich zum Beispiel schon passiert, dass wir jetzt zum Beispiel schon ein Feuerstein rausbekommen haben. Und das sollte eigentlich dann nicht passieren. So. 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 Oh, das war jetzt zu viel. Ist ja auch egal. Hier war auch noch Wasser drunter. Alles klar. Müssen wir alles auskleiden. Da bin ich penibel drinne. So. Das war wieder viel zu viel. Hier wird gleich Wasser austreten. Dann machen wir es mal schnell zu. So. Und da kommt nichts mehr hin. Dann kommt hier Holz rein. Jetzt hätte ich auch zum Beispiel was anderes hier reinsetzen können. Ist aber auch relativ egal. Sand. Zack. Fackel rein. Das raus. Das hier rausgenommen. Dann ist hier wieder eine niedliche Quelle hier vorne. Sand. Ähm. Holz. Ah, ich war zu tief. Sand, Sand, Sand. Holz, Holz. So. Jetzt ist meine Mors genau zwischen zwei Wasserflaschen. So. Und das machen wir jetzt schön hier zu Ende. mit wem nichts mehr zu tun haben. Oh. Das ist natürlich falsch. Äh. Kommen wir da noch irgendwie drunter? Sonst müssen wir hier vielleicht so sitzen. Und zack. Und zack. Und zack. Und vielleicht noch so. Da könnte man vielleicht noch den Weg komplett irgendwie verschönern. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Das muss ich mal schauen. Äh. Ja, irgendwie müssen wir hier drunter, ne? So, so. Und so. Äh. Ja. Wie gesagt, irgendwie müssen wir hier drunter. Dann würde ich sagen, hier machen wir die Fackel rein. Hier, das. Und vielleicht machen wir das so dann. Und dann vielleicht ein bisschen kurz hier vornähen. Holz hin. Und hier das gleiche Spiel. Dann. Und das hier auch noch so sitzen. Das machen wir jetzt komplett sozusagen als Brücke. Dann können wir auch drüber latschen. Na komm schon. Danke. So, jetzt habe ich hier noch nicht ausgekleidet. Und der ist richtig. Düm, düm, düm. Ach, komm. Tut den Sand weg. Hui. Warum war hier keine... kein Holz drunter? Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Hopp. So. Was ist das denn jetzt? Jetzt kommt Kies hier. Dann kann die Boosterschiene drauf. Ähm. Ne. Da kommt vielleicht eine Treppe hin oder so. Und dann machen wir noch zwei nach vorne da hin. So. Ja. Dann machen wir das so. Vielleicht machen wir es auch ganz durch. Das weiß ich noch nicht. Dann muss ich mal später schauen, ob ich das dann ganz durch mache. Und ich brauche wieder Holz. Ich habe nämlich keine... Oh, doch. Ein bisschen Holz habe ich noch mit. Aber nur ein bisschen. So. Genau. Wo ist der Schiene drauf? Komm gleich. Äh. 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 Zick. Zick. Ja. Ist alles gut, Schwein. Ich habe bloß nichts für dich. Kann dir leider nicht helfen. So. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Das hat schon auch eben das Holz. Und dann können wir es eben auffüllen. Den Rest noch. Und dann muss ich auch gleich schon wieder die Folge beenden. Beziehungsweise ich bin ja gerade schon hier. Und dann können wir eben die Folge beenden. Das heißt, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Flash und Tabi. Und Tschüss.